Und Hallöchen liebe Freunde und wir sind wieder in einem kleinen Video heute am Start. Und zwar wurde es mal langsam wieder Zeit für ein kleines Ankündigungsvideo. Denn was gibt es Besseres zu machen, wenn man in der Prüfungsphase hängt und die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt ist, so viel bescheuerten Inhalt von der Uni in den Kopf zu kloppen, wie nur möglich ist. Und wenn es dann auch noch richtig spät ist, wenn man eine Stunde das Bett sollte. Ja genau, man überlegt sich neue Sachen, die man für den Channel kreieren kann. Und ja, da habe ich ziemlich viele neue Ideen entwickelt, die sich vor allem in Richtung Vlog bewegen. Denn ich hätte eigentlich schon ziemlich Lust, ein paar Vlogs zu machen, vor allem auch mehr Vlogs zu machen. Und ja, ich habe mir auch so ein paar Ideen überlegt, die ich umsetzen möchte oder gerne umsetzen würde. Aber bevor ich so ein bisschen in diese Richtung gehe, wollte ich erstmal ein bisschen eure Meinung dazu hören. Also ich wollte es euch jetzt erstmal so ein bisschen vorstellen. Und ja, dann auch erstmal ganz allgemeines Edgys frage, was ihr davon haltet, wenn ich ein paar Vlogs mehr machen würde. Und vielleicht, also ich würde es eigentlich cool finden, wenn ich es schaffen würde, jede Woche ein Video hochzuladen. Einfach, weil ich nach den ganzen Prüfungen dann auch erstmal ein bisschen chillen kann. Und dann auch erstmal die vorlesungsfreie Zeit losgeht. Und ich dann wirklich mich ein bisschen erholen kann. Deswegen übrigens auch das FAQ, das ich dann beantworten werde, wenn ich mit allen Prüfungen durch bin. Also das wird sich dann irgendwann Mitte Februar abspielen oder so. Und ja, dann sage ich euch jetzt erstmal ganz kurz, was für Vorschläge ich mir überlegt habe. Also, und zwar hatte ich als erstes gedacht, dass ich so eine Art, dass ich vielleicht irgendwie so ein bisschen über mich erzähle. Also vielleicht so ein bisschen Geschichten, die mir mal passiert sind. Also ein bisschen Anekdoten, haftig, lustig, wie auch immer. Und ja, dies wollte ich mehr oder weniger auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen machen. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, dass ich das auf Deutsch mache. Oder aber ich mache das, es gibt ein paar Videos, die ich vielleicht auf Englisch mache. Dass ich das vielleicht so ein bisschen im Wechsel mache. Dass ich zuerst ein Video auf Deutsch mache und dann jedes dritte Video auf Englisch ist oder so. Der Grund liegt daran, dass ich eigentlich total gerne Englisch, ja, Englisch gucke, Englisch höre, Englisch lese. Und ja, mehr oder weniger ein bisschen Probleme daran habe, mich Englisch, ja, Englisch zu sprechen. Weil bei mir ist es so, dass in meinem Kopf theoretisch, wenn ich irgendetwas auf Englisch denke oder so, es eigentlich ziemlich gut klingt. Aber sobald die Worte dann aus meinem Mund heraus sprudeln, mache ich da so viele Fehler und tau da so viele M's rein. Und ich bin auch gerade dabei, mich dabei zu konzentrieren, dass ich diese M's vermeide in diesem Video. Und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich dann durch diese ganzen Videos, die ich dann auf Englisch produziere, auch ein bisschen mehr über Freiheit zu sprechen. Und auch, wenn man die Schule verlassen hat und dann kein Englisch mehr hat, was man so intensiv betreibt, wo man intensiv schreibt, etc. macht. Da habe ich auch so ein bisschen die Angst, dass man seine Fähigkeiten verliert, seine Englisch-Fähigkeiten verliert. Und deswegen würde ich es eigentlich ziemlich gerne durchsetzen, dass ich dann vielleicht auch mal ein, zwei Videos im Monat dann auf Englisch mache. Aber ja, sagt mir erst mal, was ihr von der Idee haltet. Also, oder was ihr allgemein auch von der englischen Sprache haltet. Ob ihr die Leute seid, die, ob ihr zu den Leuten seht, die auch gerne Englisch sprechen oder auch gerne englische Sachen im Kopf gucken. Oder ob ihr vielmehr so in die Richtung geht, ja, lieber Deutsch und Englisch ist, nimmt schon langsam die Vorherrschaft über alles an und das soll hier lieber nicht verwendet werden, die Sprache. Also, das könnt ihr dann mehr oder weniger entscheiden. Und dann habe ich auch noch überlegt, ich hatte, vielleicht können sich noch die einen oder anderen daran erinnern, die jetzt vielleicht schon seit einiger Zeit oder seit engerer Zeit meine Videos verfolgen, hatte ich letztes Jahr jeden Monat ein Video gemacht, wo ich unterschiedliche Dinge vorgestellt habe. Wo ich Bücher vorgestellt habe, die mir gut gefallen haben. Oder es waren Serien, die ich gut fand. Wo Serien kamen, glaube ich, noch gar nicht vor. Oder Filme, die ich ganz interessant fand, und noch Computer spiele. Und diese Kategorie hatte ich damals Infineat genannt. Und ich habe jetzt schon Feedback bekommen, dass die Leute sich gerne wieder zurückwünschen. Also, dass zumindest einige oder ein oder zwei Personen es zumindest schön finden würden, wenn diese Kategorie wiederkommen würde. Und dieses Mal würde ich das dann noch anders machen als damals. Ihr könnt die Videos auch gar nicht mehr filmen, weil ich sie gelöscht habe, weil ich sie irgendwann, ich fand sie zu schlecht. Und ich fand sie auch extrem lang, weil sie wirklich 20 Minuten gedauert haben, weil ich mir überlegt habe, wenn du so eine Kategorie machst, dann machst du es richtig komplex. Du hast richtig unterschiedliche Topics, unterschiedliche, ich fange schon an auf Englisch zu reden, es tut mir leid, unterschiedliche Topics, also Titel, Überschriften, Kategorien, Kriterien, Kriterien, nach denen du gehst. Und dieses Mal würde ich es dann, wenn ich es jetzt nochmal umsetzen wollen würde, würde ich es dann ein bisschen anders machen. Und zwar würde ich es dann eher in der Richtung machen, dass ich einfach ein bisschen freier rede, mir keine Notizen machen, da habe ich mir auch ganz viele Notizen gemacht. Und dann einfach drauf losrede, einfach sage, was mir dazu einfällt und warum ich es gut finde, warum ich die einstülfe ich nicht so toll finde. Und das dann nicht mehr so strukturiert mache, damit ich dann vielleicht auch gegebenenfalls nicht so viel rede und die Videos dann nicht so lange sind. Weil ich glaube, wenn man dann sieht, dass ein Video so 20 Minuten geht, dann fühlt man sich, glaube ich, auch so ein bisschen, also da schreckt man, glaube ich, schon so ein bisschen zurück. Und das ist, glaube ich, vor allem auch für diejenigen nicht so toll, die dann vielleicht noch nicht so viele Videos von mir gesehen haben und sich dann denken, ach, 20 Minuten, das würde ich mir echt antun. So würde ich zumindest auch denken, wenn ich irgendwie jemand Neues auf YouTube entdecken würde oder so. Ja, und das waren jetzt eigentlich so ziemlich die drei Hauptkategorien. Ich wollte das Video jetzt auch nicht so lange machen. Also sagt mir, was ihr davon haltet, wenn wir die Infinite-Folgen wieder zurückbringen, wo ich auch nochmal, ich finde, nochmal die Sachen vorstelle, die ich bereits in den vorherigen ersten Videos vorgestellt habe, mehr oder weniger. Und sagt mir, was ihr davon haltet, wenn ich ein bisschen was über mich erzähle, so anekdotenmäßig, was ist so in dieser Woche passiert, wie ist es alleine zu leben, was das Uni-Leben so mit sich trägt, äh, von sich, mit sich, wie auch immer. Und was haltet ihr davon, wenn ich ab und zu auch mal in Videos einfach nur Englisch spreche. So, und ja, ich rede jetzt schon fast die Minuten, deswegen werde ich das Video jetzt beenden. Und ich bin schon gespannt auf euer Feedback und wir sehen uns dann hoffentlich in den Kommentaren wieder oder ansonsten vielleicht hoffentlich in einem anderen Video. Also, oh, und, und, wenn euch das Video gefallen hat, machen wir noch ein bisschen was Intro-haftiges. Obwohl eigentlich bis jetzt ein Cut kommen. Okay, jetzt kommt ein ganz epischer Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet, wenn ihr mich abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wenn ihr euch für Vlogs und dergleichen interessiert oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr gerne an mich stellen wollt, dann könnt ihr zu dem Video klicken, denn dort habt ihr die Möglichkeit, in den Kommentaren irgendwelche Fragen zu stellen und ich werde sie in einem anderen Video beantworten.